Was haben wir in der ersten Stunde? Keine Ahnung, aber es ist keine Tortur. Wir machen dieses wundervolle Projekt mit unserer Nachbarschule, der Fröbeltschule. Wo kommst du genau, du Ausländer? Slowakei. Slowakei? Ja. Slowakei. Du Ausländer, du. Pinkwinkel. Pinkwinkel ist für mich eine Art Dokumentation über zwei Schulen. In der Modellschule gehen halt mehr Österreicher, wenn man das sagen darf. Es hat viele Ausländer, viele Ausländer. Ich bin auch einer von diesen Ausländern. Wir haben uns hier versammelt, weil wir jetzt hier in die Modellschule gehen werden. Albina. Ich liege die so komisch. Die haben Angst von uns. Ich habe gedacht, dass sie früher schon eher aggressiv sind. Dass die nur die ganze Zeit lernen und dass sie nicht mehr lustig sind oder so. Aber sind sie schon. Und sie sind zum Beispiel viel direkter. Wir sind jetzt mehr so die Leute, die nicht so extrem auf andere zugehen. Was für Jobs haben? Eure Lehr... Lehrern, ne? Eure Eltern, eigentlich. Dass sie in eine Privatschule gehen können, weil wir uns interessieren. Lehrern, die wir uns interessieren können, weil wir uns interessieren können, weil wir uns interessieren können. Wir cholesterolern, wir brauchen uns also zu wissen, dass der Schuss wird jetzt nether about. Also auch alle Te anni. Wir brauchen Mans Pueschenko, Holger Gold. Wir brauchen nur im Nachhinein, aber wir brauchen fünf completamente materialelassen. Und wir brauchen welche Rolle faire können, weil wir uns interessieren können, weil wir uns interessieren können, weil wir uns interessieren können können. Und wir brauchen uns Sil wenigstens für die knife einlen. Wir brauchen Fеть Sekern, wir brauchen uns das decorative Kinder, K ο Ki einig im Achтов submarine oder Kandy arbeiten oder uns selbst Problem. Jetzt haben wir wir in derצigen Kupost, wie Un trosk siten können unsere Kupost, wenn wir unsoofüliig барiquen und ihr Sonnen, ja ein palabra k última gesucht گert gibt. Untertitelung des ZDF, 2020